Glückwunsch an euch zum Sieg. Ich glaube, er verdient auch in dieser Höhe. Bevor wir dann aufwachen und im Spiel sind, da steht schon 1-0, haben wir mal wieder eine Phase, auch in der ersten Halbzeit, wo wir dann fertig vor das Tor kommen, wo wir auch ein paar Abschlüsse haben, die dann aber alles dann so ungefährlich sind. Sie fährt immer wieder mit gefährlichen Angriffen, wo wir viel zu wenig Gegenwehr haben, nicht so dagegen gehen, wie man es muss. Und dann fällt kurz vor der Halbzeit das 2-0. Na ja, außer Halbzeit kommen wir eigentlich auch ganz gut, haben nochmal direkt eine dicke Gelegenheit, die auf der Linie geklärt wird, das hätte einfach sein können. Und dann glaube ich aber mit der roten Karte dann in Unterzahl, weil ich die Energie gehabt habe, nochmal wieder zu kommen. Mit der 3-0 glaube ich dann am Ende war es dann auch durch. Ein verdienter Sieg für euch. Ja, alles Wunder. Ja, schon ziemlich eh nicht. Ich muss sagen, die Partie war echt so ein bisschen fies, dass wir in der zweiten Minute von Wien direkt auf eine wichtige Position die Gelegenheit ziehen. Da habe ich echt schon so ein relativ schlechtes Gefühl gehabt, aber dann mit Ron Bellinzi, seinen Treffer war es natürlich ein bisschen einfacher und trotzdem hat man gesehen, was die Mannschaft hier in der Klasse hat von Wehen. Das heißt, sie wollen immer wieder gefährlich in Aktionen, haben immer gut den Ball laufen lassen. Dann ist natürlich das zweite von Maell, was da überragend macht, mit dem Pass von Tom Waag in die Tiefe, genauso hier spielen wollen. War dann natürlich zum richtigen Zeitpunkt das 2-0 und das war halt so ein Durstöffner für das gesamte Spiel. Das heißt, da kommen wir gut aus der Halbzeit raus. Ja, und dann war es so ein 50-50 Spiel. Ich glaube, wenn wir da so ein Tor bekommen, dann kann so eine Partie auch nochmal kippen, ähnlich auch mit den ersten Halbzeilen, mit dem Landentreffer, der, glaube ich, beim Stand von 0-0 ist ja schon passiert. Das sind halt so 50-50 Aktionen, die gerade für uns in unsere Richtung gehen. Ja, und da bin ich sehr zufrieden und besser hinten raus runterspielen. Ich glaube, es hätten auch ein, zwei Tore höher ausfallen können, aber genauso wissen wir auch, dass wir halt auch ein, zwei Tore hinten kassieren können. Trotzdem glaube ich auch, in der kollegischen Sache geht der Sieg hier heute in Ordnung. Für uns heißt es auch, den Sieg können wir jetzt nicht feiern. Das war eine Pflichtaufgabe, die wir so machen mussten, weil wir im Abschiedskampf sind. Das heißt, Klassenerhalt müssen wir uns unterordnen. Wir haben jetzt noch zwei wichtige Spiele. Das Gute ist halt, dass wir seine eigene Hand haben und das wollten wir auch niemals aus der Hand geben. Deswegen muss ich meiner Mannschaft heute ein riesen Kompliment machen, aber gleichzeitig will ich mir so vorzahlen, diese Leistung, die wir heute gemacht haben, müssen wir jetzt noch zweimal bestätigen. Und dann bin ich da sehr, sehr guter Dinge, dass wir auch nächstes Jahr in der Liga sind. Euch wünschen alles Gute für diese Saison und auch für die nächste Saison. Ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wieder sehen. Danke. WDR mediagroup Gatik WDR mediagroup Gatik Vielen Dank.